Mülltonne ist vom zweiten Stock auf meinen Kopf geflogen, ich bin umgekippt. Tonne auf dem Kopf, ja dann bist du der Coole hier in Hanau auf der Karl-Rehbein-Schule. Am besten sind die Erlebnisberichte an den Wänden der Toiletten der S500er Räume. Wahre Qualität. Ich finde hohe Landesschule sehr gut, die beste eigentlich. Um komplett ehrlich zu sein, ist der Service sehr zu bemängeln. Ich wollte mir nur ein einfaches Getränk bestellen und wurde angeschrien. Als Fazit würde ich sagen, wer jeden Tag schnell in die Stadt muss, kann das gern auf sich nehmen, aber als Urlaub würde ich das nicht empfehlen.